alle leute herzlich willkommen auf das sandowgaming und wir hier schon sehen können wir mal wieder denn wir wollen heute einen weihnachtsputz machen und akzeptieren auch direkt mal den job ja es ist zwar kein weihnachten aber die wollen einen weihnachtsputz nicht wieso scheinbar denkt das spiel anscheinend dass wir noch weihnachten haben ich denke das ist einfach nur so auf jeden fall sollen wir jetzt hier ein bisschen sauber machen sondern gehen wir auch mal rein und sehen hier schon jede menge müll warum ist es hier so dunkel die zwar so aus als würde ich hier irgendwas ausräumen wollen aber ich freue mich nur an den anderen ausmachen wie viele dosen haben die denn hier liegen ist ja alles voll was ist daran eigentlich nur weihnachtsputz ist eher ein räubungs fall so wie das ja aussieht so machen wir hier mal alles sauber warum sind hier fußspuren 95 prozent wo sind die hier 96 97 99 wo ist dieser 100 wo ist diese eine prozent jetzt aber irgendwo so wir sollen jetzt die fenster reinigen schmeißt ja auch schön so sagt man kann man nicht öffnen schade ein bisschen lüften wäre auch gut so jetzt soll ich gegenstände kaufen eine weihnachtsglocken zwei stück ich dahin dahin gegenstand darauf mehrere geschenke ja die kommen zu einem baum der nicht vorhanden ist aber ich muss noch ein weihnachtsglocken kaufen das macht dann später so da kommt eine hin hier kommt eine hin hier kommen zwei hin auch eine hin und da kann ich hier alles anmachen so muss knackern ohne schneekugel die packe ich auf jeden fall auf dem tisch so er nähe das wollte ich jetzt nicht so das sein soll ach so dass es dieses ist das einmal so an türen hängen habe ich einfach da oben hin so dann noch ein kranz der kommt so den nussknacker packe ich hier auf dem tisch aber umgedreht dann noch eine weihnachtssternpflanze die kommt hier noch hin also ich soll zwei davon machen ne da kommt eigentlich hier noch noch eine die bleibt da so jetzt den weihnachtsbaum da habe ich keine ahnung wo er hin soll weil hier alles voll gemült ist ich muss mal kurz hier wegräumen soll ja auch ordentlich aussehen so an und zwei geschenke so hin zack naja ist die küche schon fertig die sieht was machen die denn hier in diesem zimmer weil das war einfach nur dreckig alte form zum einbauen ach so ich soll was hier montieren und rauf damit so gegenstand kaufen naja ein weihnachtskanzler der kommt über die tür eigentlich kommen die an der tür aber ich weiß nicht ob das funktioniert und daher mache ich es so dann kommt ich sollte ich hänge das irgendwie auf ja das soll jetzt nicht so schön aussehen zwei zwei vier kann ich anmachen vier so hängende lichter jetzt kommen hier hin sie auch schon mal geil aus so noch ein weihnachtsstern er kommt in der ecke den brauchen wir eh keiner mehr so das ist der eingang das ist die toilette da war ich schon drin die garage muss ich auch noch selber machen ok 77 wo ist der da bei fenster warte dann machen wir das fenster auch noch mal schön schuldig 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 so dann ist das auch sauber und gehen wir hier noch rein boah was haben die hier gemacht sieht schon viel besser aus ich sag euch ganz ehrlich das sieht schon viel besser aus dann machen wir das nochmal sauber ey sauber so zack fenster reinigen das ist das dritte fenster anscheinend so dann soll ich noch diese drei dinge holen das mache ich dann hier auch wieder übers bett 2 3 so dann mache ich noch das licht on so ey ihr muss schon sagen es sieht eigentlich nice aus ne also mhm was will man mehr ja ok die gelandeten hätte man ein bisschen besser machen kann oh die ist aus aber guckt euch das mal an wenn das jetzt ohne taschenlampe sieht es ganz nice aus und dann mache ich ja nochmal alle Türen zu ähm und gehe aus die Tür raus adios auf Wiedersehen äh Auftrag beenden so war auf jeden Fall ein nicer Job so bisschen für weihnachten einrichten so das war auf jeden Fall nice mhm ja da 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 du 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 so ich könnte ja jetzt noch eins machen aber leider ist das für der Zeit nicht mehr aber hier irgendwas beim Bunker ist noch dann gehen wir da mal rein beim Bunker ist anscheinend noch nicht alles zu 100% 100% dann gehen wir da mal rein gucken und eben dass ich ja schon geräusche aber es ist noch im Loading alles klar ah jetzt so naja das ist ja ein Bunker der ist ja geliehen dazu äh muss ich ja auch mal außen rum laufen ok geht nicht dann muss ich einmal hier rein und hier hin dann kann ich nämlich hier öffnen hab ich den nicht zu Ende gemacht oder was ah wie versifft ist der der sieht ja schrecklich aus ey liegt auch alles gefühlt so rum was kein Mensch braucht ähm ja ok ja das ist aber nicht ein Mob oder ein Wesen sind wir da klar aber nicht ja das weiß ich ich will auch nur den Schmutz hier weg schwischen aber das hätte gehen wir nicht weg soo guck mal jetzt können wir hier nämlich die Sachen alle rein stellen das mache ich jetzt auch Leute ich würde sagen wir sehen uns ähm gleich wieder soo da bin ich wieder und sauge jetzt einmal das ganze weg 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 also weg 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 so reinige die verschmutten ja ich weiß nicht wo hier noch hier ist anscheinend auch noch irgendwas ich soll vier prozent müll ist irgendwo noch jetzt habe ich wenigstens mal hinbekommen alles irgendwie fertig zu machen so dahin das kommt dahin darüber dann noch ein tisch er kommt wieder hier ja hier ein stuhl und dann stuhl aber das ist ja im weg so das ist so einmal aufschrauben hier alles so aufdrehen können wir nämlich schon mal die toilette kaufen und das wird hier sein dahin kommt die so dann noch ein waschbecken das ist so ein leuchtetting er hier so bam so einmal dran damit und noch eine dusche montieren die hier glaube ich montiere die jetzt einfach so dran 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 und dran so dann ist das Bad jetzt immer hoch fertig so und jetzt noch das hier einmal sauber machen und wir haben das jetzt auch zu 100% erledigt und damit würde ich sagen Leute das war's ich habe jetzt den Bunker noch fertig gemacht und für Weihnachten geschmückt obwohl gar kein Weihnachten ist lasst gerne ein Liken, Abo und Kommentar da falls es euch gefallen hat wir sehen uns im nächsten Video wo wir tatsächlich ein neues Haus kaufen werden ich vergesse es ich hoffe man nicht auf jeden Fall will ich hier ein neues Haus kaufen seid auf jeden Fall in der nächsten Folge sehr gespannt haut rein Leute euer Sando und tschau tschau